Eigentlich wollte ich nie so ein teures Auto fahren, das war Maximilians Idee. Eigentlich bin ich viel mehr GTI-Fahrer. So, wo fahren wir heute hin? Es war einem der schönsten Tage meines Lebens. Ich verheirate mich heute mit einer neuen Automarke. Eigentlich wollte ich nie so ein teures Auto fahren, das war Maximilians Idee. Eigentlich bin ich viel mehr GTI-Fahrer. Zielgerade! Es ist wie Weihnachten, nur schöner. Malte, wie ein kleines Kind sein. Malte, wie ein kleines Kind sein. ... ... ... Oh! Fuck! Okay! Das ist mein Baby! I'm in love! Oh Gott! Ich trau mich in den Kommentaren! Ich kann dir das gar nicht beschreiben! Das ist so verrückt! Es ist tatsächlich ein Gefühl, dass ich 0,0 beschreiben kann. So geil! Ist das geil! Und es ist meiner! Es ist einfach Gottverdammt nochmal meiner! Ich bin sicher! Ich bin sicher!